Happy Birthday, Alice und Ellen! Die berühmten Kessler-Zwillinge waren die Showgrößen der 50er und 60er Jahre. Heute feiern sie ihren 88. Geburtstag. Ihre Karriere begann in Düsseldorf, von dort aus eroberten sie die großen Bühnen weltweit. Sie konnten tanzen, singen und schauspielern. Und das alles immer im Doppelpack. Die beiden sind unzertrennlich und wünschen sich, auch nach dem Tod gemeinsam in einer Urne mit der Asche ihrer Mutter beigesetzt zu werden. Bis heute halten sich Alice und Ellen Kessler fit. Und wie? Das haben sie schon vor ein paar Jahren eindrücklich bewiesen. Anlässlich ihres 80. Geburtstages zeigten sie spontan einen Spagat und erzählten der Zeitschrift Meine Melodie, dass sie jeden zweiten Tag ein strammes Training von 40 Minuten absolvieren. Gymnastik, Stretching, Ausdauer. Auch heute, acht Jahre später, scheint sich daran nicht viel geändert zu haben. Wir wünschen Alice und Ellen Kessler, dass sie noch viele gemeinsame Jahre vor sich haben. Bis zum nächsten Mal. Achtung. Bis zum nächsten Mal.